Was wären Instagram und Co. ohne Selfies? In die Kamera blicken und lächeln kann jeder, doch für ein gelungenes Selbstportrait gilt es ein paar Dinge zu beachten. Einer der wichtigsten Faktoren für ein schönes Foto ist das richtige Licht. Ist das Bild zu hell oder zu dunkel sieht das Endergebnis nicht gut aus. Am besten setzt man auf natürliches Tageslicht. Wichtig, die Lichtquelle sollte auf keinen Fall direkt hinter den Personen stehen. Entscheidend ist auch die richtige Perspektive. Selfies, die von unten aufgenommen werden, zeigen automatisch ein Doppelkinn. Stattdessen sollte das Foto von leicht schräg oben gemacht werden, so lassen sich sogar ein paar Pfund kaschieren. Im Hintergrund sollte außerdem lieber nicht die unaufgeräumte Wohnung oder das ungeputzte Bad zu sehen sein. Viele Menschen finden, dass sie eine Schokoladenseite haben, dreht man diese Richtung Kamera. Findet man sich auf den Fotos automatisch hübscher. Wenn das noch nicht genügt, kann man die Fotos natürlich auch per App nachbearbeiten. Hier können kleinere Fältchen und andere Unreinheiten ausgebessert werden. Man sollte aber von Anfang an auf den Gesichtsausdruck achten, den kann man im Nachhinein schließlich nicht bearbeiten. Auch ein breites Grinsen oder weit aufgerissene Augen sind nicht wirklich vorteilhaft, dadurch kann man möglicherweise weniger authentisch wirken. Also wir sind l咁 deben of diesen. Vamos im Microsoft Mechanics Also wir sind noch mehr ein breites Grinsen, den kann man mit dem scenery có thể nutzen. aten wir uns wiederholfen.